Hallo meine Lieben, willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder da seid und reinschaut. Heute will ich was ganz Tolles, hoffe ich machen, für meinen Stammtisch, den ich heute Abend habe. Ich habe hier einen Stammtisch von der Grundschule von meinem Sohn und den liebe ich abgöttisch mit den Mädels. Wir haben immer richtig viel Spaß. Normalerweise treffen wir uns immer beim Griechen und da bin ich leider dem Immiglicos sehr verfallen mit noch zwei, drei anderen. Und heute treffen wir uns aber bei einer zu Hause, meiner lieben Evie. Hallo, Evie hat auch einen Thermomix und da habe ich gedacht, oh, was möchtest du machen? War in der Rezeptwelt und da habe ich gefunden Eierlikör mit Bacardi. Den möchte ich heute testen. Ich meine, der selbstgemachte Eierlikör im Thermomix ist ja sowieso schon ein Klopfer, aber mit Bacardi stelle ich mir das richtig cool vor. Und den machen wir jetzt auch. Wir starten auch gleich, damit, dass wir Puderzucker benötigen. 250 Gramm, das ist ja das Schöne am Thermomix. Seitdem ich den habe, brauche ich ja keinen Puderzucker mehr kaufen. Den mache ich ja einfach selber. Also 250 Gramm Zucker in den Mixtur geben. Ich mache das immer so, ich nehme den Zewa, mache das hier oben drauf. Das dürft ihr aber echt nur nehmen, wenn ihr nichts hier drinne kocht, sonst knallt euch das an die Wand. Ich mache das jetzt halt beim Pulverisieren und mal auf Stufe 10, bis ihr den Leerlauf hört. Das waren jetzt 10 Sekunden. Ich habe hier vorher schon mal drauf, was ja gerne oben am Deckel klebt. Wir schauen einfach mal. Sehr schön geworden. Fantastisch, guck mal. Wunderbarer Puderzucker. 250 Gramm. Jetzt brauchen wir 8 Eigelb. Die habe ich hier auch schon vom Eiweiß getrennt. Die kommen hier hinzu. Mal im Spatel hier mal den Rest rauskratzen, dass ich auch keine Verluste haben. So. 8 Eigelb sind drin. 400 Gramm Kaffeesahne. Ich nehme hierfür die mit 7,5% Fett. Wie gesagt, 400. 2,3,20. Und 400. Und dann habe ich hier Böben-Vanillezucker. Ganz wichtig, Böben-Vanille. Zwei Päckchen. Und jetzt kommt der gute Bacardi. Ein Viertel Liter. Ja, wohl 250. Gucken wir mal. Mist, hier ist ein bisschen mehr drin. Ah. Also. Ich habe jetzt noch 370. Ihr könnt euch ja an das Ursprungsrezept halten. Aber ich mache jetzt alles. Dann kann ich auch noch den Rest Milch reinkippen. Meint ihr, ich soll noch dann Zucker? Aber ich mache jetzt einfach mal so. Dann habe ich ja zwei Pakete Milch drin. Den Bacardi. Jo. Wird schon schmecken. Jetzt das Ganze. Auf 70 Grad, 8 Minuten. 70 Grad, Stufe 4. Bis lauf. 8 Minuten mehr drum. Gucken wir uns das mal an. Schön. Kleine Schaumkrone. Etwas dicklich. Oh, das ist gut. Ich mag es nicht, wenn es zu dick ist. Hat Bums. Mh. Dann werden wir gleich noch mal ein kleines Kostpröbchen machen. Ich habe eben eine Flasche heiß ausgespült. Da kommt das jetzt rein vor der Abend. Ja. Hm. Ist noch ein Tick-Tick-Lick. Sehe ich jetzt, wenn ich es hier reinkippe. Das dauert nämlich ein Momentchen. Da, da, da. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, was ich mich schon vor der Abend freue. Wird doll. Das wird doll, doll, doll. Sollte man den Trichter vielleicht auch richtig reinhängen, dann geht das auf Flodder, ne? Und ich dachte erst, das reicht hier nicht, die Pulle. Scheiße, doch. Oh, oh. Das gelangt. Ah, jetzt habe ich auch noch drüber gekippt. Gott sei Dank habt ihr das nicht gesehen. Jetzt darfst du ja gar keinem erzählen, Scheiße. Und zack. So, jetzt müsst ihr leider euch einen Moment gedulden. Ich verschließe die Flasche mal. Heizt ihn mal kurz. Und dann Wasserhahn. Erstmal das Fläschchen gesäubert. Schöne Konsistenz. Und noch eine Pulle. Hier, super. Die stelle ich hier schon mal hin. Nichts haben, ne? Aber Flaschen haben wir. Ja. Oh, das passt exakt. So. Noch eine Pulle voll. Guckt euch das an. Erstmal Schnäpschen für mich. Geile Konsistenz. Ich glaube, das ist noch keine schlechte Idee, wenn ich da alles reingeheben habe. Wohlsein. Oh, geil. Mag ich sogar noch lieber als Eierlikör mit Wodka oder Korn. Cool. Mmh. Was hab ich da? Kein Schmutzkorn. Geil. Ey, das müsst ihr probieren. Jeder, der Bakari mag, der wird das lieben. Es ist nicht so eine richtig dicke Konsistenz. Das mag ich persönlich auch nicht so gerne. Schön süffig, dass du es gut runterkriegst. Ich sag nur, lecker, lecker, viel Spaß. Okay. Ich sag nur,